Haben sie es satt, ständig den gleichen Adventskalender mit derselben alten Schokolade zu bekommen? Oh no, oh no, oh no! Und haben sie es auch satt, Adventskalender schon im Sommer sehen zu müssen? Na dann mal aufgepasst! Hier kommt der Mike Beezer Adventskalender 2021! Dieser Adventskalender ist gefüllt mit zwölf wunderschön geschnittenen und lustigen Videos, die man mit der ganzen Familie genießen kann. Die Zutaten? Cringe, Aids, Zucker, Calcium, Magnesium, Uranium, Terrakium, Yomamium, Amogus, Spangebobu, Bisasamen, Kekse, Kokain, Bamelin, Bilou, Vitamin A, B, C, Supercalifragilistisch-Expialigetisch und Kakaobohnen. Der Mike Beezer Adventskalender 2021. Ab heute auf ihrer YouTube-Startseite. Spannung der Mike Beezer Adventskalender 2021. Checkbox ist nicht funktionierend und die Nutz Unterhaltung.